Freunde, heute gibt es einen Quick-Tipp zum Thema Trainingsmethoden. Und zwar, das ist eine Trainingsintensität, die nennt sich Reduktionssätze, Dropsätze. Unter Reduktionssätzen und Dropsätzen versteht man folgendes. Also, ihr macht zum Beispiel Kniebeuge mit 50 Kilo. Macht eure 15 Wiederholungen, legt das Gewicht kurz ab, macht rechtes Gewicht etwas leichter, nehmt ihr jeweils um 5 Kilo, dann habt ihr 40 Kilo, macht euren nächsten Satz. A-15 Wiederholung, legt das Gewicht wieder ab, nehmt rechts und links wieder 5 Kilo runter und macht euren dritten Dropsatz, Reduktionssatz. Das ist die Dropsatz, die Trainingsmethode Dropsätze, Reduktionssätze. Und die eignet sich perfekt in der Körperfettreduktion. Warum? Weil dadurch, durch diese kurzen Pausen, kommt ihr ein langes Reizzeitfenster. Und das sorgt dafür, dass die roten Muskelfasern belastet werden. Ungef sled – 5G Zahlp und 6G Schüsse 1 4 3